moin zusammen ja knass willkommen zu meinem xxxxxxxxs mini hall ich habe mir heute zwei zeitschriften geholt beim einkaufen zufällig lagen die da die eine in den jahr wo ja ich keine ahnung von den jahr wo aber figuren cool nimmst du den kumpel hier packst du in der hand sehr geil ja da gibt es noch ein bisschen was dazu aber kann man schon nicht meckern zwei figuren plus dem was da drin ist aber ich habe mein erstes lego friend set gekauft und nein ich fand den so süß hier dieses kleine niedliche eichhörnchen also die zeit schon mal reingeblättert supi genau meine themen immer bleibt ruhig wir schaffen das ja habe ich mir auch gedacht aber kommen wir mal zu dem set ziemlich geil 29 teile ein wirklich putziges eichhörnchen ich finde das kann sie sehen lassen was immer mehr fliegen bild eine kleine hütte das kleine eichhörnchen ja über die farben können wir streiten die kann man ja noch austauschen und nein es sind keine hinterlassenschaften das sind weihnüsse also ich finde das ziemlich cool ich würde sagen ich stelle das gleich mal eine stadt in der passenden landschaft und dann schauen wir mal wie es aussieht bis gleich na guck da macht es sich doch gar nicht so schlecht oder was meint ihr ja liebe leute ich würde sagen ich suche mir noch mal raus mit einem kleinen blick über meinen ganzen bauernhof und würde dann sagen schön dass ihr bei dem ganz kleinen kurzen xxxxxxxxs zum brecher hol dabei wart ich hoffe ihr ein wenig spaß ich wünsche euch ein ganz tolles wochenende lasst es euch gut gehen und wir sehen uns bald wieder bis denn dann tschüss